hier ist der weg jetzt zur spitze die landspitze die sehr weit ins meer was soll das hier sein das war zur zeit der sowjetunion wo das areal geschlossen war das war ja ich glaube über 70 jahre militäres sperrgebiet man durfte nur mit einer sondergenehmigung da sich überhaupt aufhalten das ist eine kontrolle hier zur sowjetzeit in den 80er jahren das sind wohl leute die 1944 geflüchtet sind ja als ich die ersten mal in etland war war das noch alles sperrgebiet da durfte nun überhaupt nicht hin und dadurch dass man die natur sich selbst überlassen hat gibt es hier einen unbeschreiblich großen reichtum an tieren pflanzen vögeln also ein ganz großer arten reichtum scheint irgendwie eine überwahrungsanlage aus 90er jahren zu sein anfang der 90er da war das ja noch russland gehörte das noch zu russland ja 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 Ja, wer das in Ruhe lesen will, der kann dann den Film kurz stoppen. Es geht aber gleich weiter, ich werde gleich zur Küste weiter gehen.